Deutsche Fallschirmjäger, die grünen Teufel, liefern sich erbitterte Kämpfe um Monte Cassino. Auf der mit dem Panzerdurchbruch verbundene Infanterievorstoß wird im Feuer der deutschen Maschinengewehre abgewiesen. Diese blutige Schlacht ist bekannt als Stalingrad von Italien. Wenn Tote und Verletzte geborgen werden. Willst du mehr über diese Schlacht erfahren, dann schau in mein Long Video. Die Schlacht um Cassino-Stadt war wohl eine der erbittertsten des gesamten Zweiten Weltkriegs.